Hallo und herzlich willkommen zurück zu Volk, Chloro und dem Beagle. Wir sind in dem endlosen Korridor. Ich finde das für eine Welt eine sehr seltsame Bezeichnung, aber wir haben es ja erklärt bekommen. Es ist nicht, dass ich bei der Erklärung mitgehen konnte. In diesem Raum ist da ein Apparat. Ein Volk ist der Schlüssel dazu. Finde das Volk mit einer Glühbirne auf dem Kopf und absorbiere es. Wenn du es schaffst, erscheint die nächste Tür. Ich darf da nicht rein. Ich darf da nicht rein. Das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen, nachdem ich das letzte Mal ja fast schon getötet worden bin von dem Dude. Wieso eine Minute dreißig? Na komm. Aua. Er hat sich das gleiche gedacht. Aber eigentlich funktioniert das gar nicht schlecht. Das dauert echt lang. Aua. Das war aber nicht der Originale. Ach komm. Sag mal. Äh. Das war nicht der Originale. Aua. Ach komm. Das schaffe ich doch gar nicht. Warum muss ich das überhaupt in einer gewissen Zeit schaffen? Ach, das ist scheinbar so. Wow. Wow. Ein bisschen Lebensessenz ist gar nicht schlecht. Okay. Weiß ich nicht, was ihr seid. Ja. Nein. Keine Energie mehr. So. Neuer Erfolg für mich. Na. Komm. Nochmal Erfolg für mich. Ach nee. Den hatte ich anscheinend schon. Das wusste ich nicht. Muss man mir auch sagen, dass ich den schon habe. Okay. Komm. Ich muss hier wieder ein bisschen reinkommen. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ich glaube, es schadet manchmal gar nicht so sehr. Hier. Äh. Das auch zu machen. Kann ich beide machen? Nee, natürlich nicht. Weil ich einen doofen Winkel hatte. Also. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt erstmal ein paar Volks zusammenbringen hier. Sag mal, wo kommen die eigentlich alle her? Sollte es hier nicht gerade mal weniger werden? Irgendwie wird es aber nicht weniger. Ja. 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 Ich glaube, jetzt wird es langsam weniger. Okay. Vermehren die sich wieder? Das ist jetzt eine interessante Frage, ne? Und du, jetzt auch noch hier. Und hallo. Hallo. Ja, die vermehren sich. Was soll das? Äh. Ist da was? Was? Ah, was? Und. Zack. Sag mal, muss ich schnell genug sein? Oder was ist der Trick hier dran? Ich glaube, das bringt mir nichts hier. Ich kann hier lang und da lang. Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Wow. Was war es? Was war es? Nein. 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 Was? Ah. Was ist das? Das ist Brigade. Spregan. Habe ich über Spregan schon... Bist du Spregan? Okay. Das tue ich mir nicht an. Ne, wie ist das? Ich gucke jetzt nach. Ich habe mein ganz eigenes Buch hier. The Infinite Corridor. Deadly Hurts. Deadly Hurts. Nein. Was ist denn Spregan? Irgendwie kann ich Spregan gerade nicht finden. Trompi-ID. Trompi-ID. Gerber-ID. Blablabla-ID. Hat der einen anderen Namen im Ding? Ich gucke. Hier steht absolut gar nichts über das Brigade drin. Okay, dann muss ich jetzt wohl testen. Kann ich den... Funktioniert das? Auah. Funktioniert das? Au. Hat das was gebracht? Ich hab's nicht gesehen. Nee. Nee, das bringt auch nichts. Ey, mit was? Mit was? Das bringt mir so einfach nichts. Es muss doch irgendwas da stehen. Was? 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 Ich hab den, glaub ich, gar nicht, oder? Den brauche ich wieder. Den brauche ich wieder. Wisst ihr, was ich nicht habe, obwohl ich's absorbiert hab? Dieses komische Fisch, ähm... Was mach ich jetzt, wenn ich den... Okay. Let's try this! Weil... Keine Ahnung. Das funktioniert auch nicht. Nein. Das funktioniert auch nicht. Nein, das funktioniert nicht. Ah! Ah! Achso, das ist... Oh, das ist so ne Schüttelscheiße. Wer sich das ausgedacht, gehört in die Hölle. Eine Buchseite. Wenn da jetzt in der Buchseite drinsteht, wie man's Brigaden macht, dann, ähm... Ich kann da nie auf nur irgendwas erkennen. Das ist Wahnsinn. Machen wir das doch mal so. Ich hab das Gefühl. Schütze haben das hier gar nicht verkehrt. Hm... Es gibt nur diesen einen Ausgück, ne? Doch. Hm. Ne aus. Oh, was?! Äh... Ne, wo ist mein Ausgang? Ich will nicht. Hier wäre mein Ausgang, okay? Ja? Das bringt mir irgendwie grad gar nichts. Kann es sein, dass dieses komische Ding wirklich was bringt? Ich bin gleich tot. Das ist es. Ja... Nein! Ach so, er hat seinem Schutz nicht mehr. Ich glaube, daran liegt es, wenn er seinen Schutz nicht hat. Warte mal. Aua, Mann! Es macht keinen Spaß. Das muss ich leider sagen. Es macht wirklich keinen Spaß. Das ist doch der Spaß. Ja, ja, fortfahren, fortfahren, fortfahren. Nee, na? Nee. Nee, na? Nee, na? Nee. Das tut er mir jetzt nicht an. Okay. Ich dachte, ich hätte die Dinger jetzt nicht. Muss ich dem immer folgen, oder? Ich weiß es wirklich schlicht nicht. Nein. Nichts. Das war's für heute. 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 Genau das meine ich, das schaffe ich nämlich schon wieder oder nicht mehr. Also es müsste jetzt schon anfangen, rot zu werden, damit ich den einsaugen kann. Aber es tut's ja nicht. Das war's. Ich weiß auch nicht so recht, was die von mir wollen, dass ich's da in einer Minute schaffe. Oh, ich krieg's schon wieder ein und das ist im Maul, ne? Ich check's nicht, ehrlich nicht. Sag mal, willst du mich ficken oder was? Allein dafür braucht man doch schon eine Minute. Das war's. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich check wirklich nicht, was die von mir wollen. Ich tue's einfach nicht. Wenn die wirklich von mir wollen, dass ich den in unter einer Minute schaffe, bin ich raus. Oh, okay. Oh, okay. Dann hab ich da keinen Bock drauf. Hier. Das war's. Oh, okay. Oh, okay. Aber ich muss, wie die Kilometer glaube ich. Oh, okay. Ja, was bist du denn? Du weißt so nicht. So. In der Tat geht das so. Ja, worauf schießt du eigentlich? Just asking. Ach, Kies. Ich sterb schon wieder. Ich sterb hier schon wieder. Ich sterbe hier schon wieder. Nein. Ich wollte halt mal ein bisschen leben, ne? Ein bisschen leben wir schon vom Nöß. Grüner Staub. Ist das doch schön, darf ich nicht... Ah, jetzt darf ich es machen. Dankeschön. Ich seh nichts. Ich seh NICHTS! Ich werde jetzt sterben, einfach weil ich nichts seh. Ich wusste, die anderen Welten werden scheiße werden. Wusste ich. Ganz einfach wusste ich. Ja, komm! Hallo! Hallo! Das funktioniert einfach schlicht zwischendurch nicht. Ich verstehe das nicht. Das funktioniert schlicht zwischendurch wie immer nicht. Ja! Hier, jetzt stört mich hier jemand. So, die ID von dem habe ich jetzt auch. Ist doch nett. Da ist der Zeit, ich gucke das. Was ist, was ich? Was ist, was ich hier? Das ist, was ich hier? Ich bin mir jetzt hier. Was ist wie, was hier? Wie? Das ist, was ich hier? Das ist, was ich hier? Wollt ihr mich alle verarschen? Wollt ihr mich alle wirklich verarschen? Warum würf ich denn jetzt den hier nicht auch mitmachen? Hallo! Hallo! Wollt ihr mich? Mir fällt da auch echt nichts zu ein, muss ich sagen. So, dass ich jetzt sagen könnte, yay! Wirklich yay! Ehrlich! Wow! Nein, der ist es auch nicht. Also es ist der hier. Ja, das war's nicht. Und jetzt bin ich natürlich dazu verpflichtet zu kämpfen. Ich kann nicht einfach wieder gehen oder so. Nein, nein. Es macht, es macht fast schon mehr Sinn, sich einfach sterben zu lassen. Wirklich, es macht wirklich mehr Sinn, sich sterben zu lassen, als sich hier in diesen Kampf zu machen. Wenn die mich bitte... Ja, tötet, bitte tötet mich. Ich hab da darauf keinen Bock. Los, tötet mich. Wie viel hab ich noch? Noch vier Minuten. Yay! Letzte Folge, wo ich in Doolin alles gemacht hab. Das war so gut. War's einfach. Und jetzt, das hier ist wieder scheiße. Kies, könntest du schneller rennen oder ist es nicht im Bereich des Machbaren bei dir? Hä? Digga, wo bist du da hinten? Er kann halt einfach nicht schneller. Kies kann halt nicht schneller rennen. Ich krieg den in einer Minute 23 nicht hin. Ich weiß nicht, was die sich hier vorstellen. Kann ich... Warte mal. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Ich krieg ihn nicht in einer Minute noch. Das krieg ich einfach nicht. Ich... Kein Plan, ob das von denen gewollt ist oder so. Ich weiß es nicht. Es macht keinen Spaß. Es macht sowas von wieder einmal keinen Spaß. Nach noch 42 Sekunden. Ja, wenn ich den mal schneller schlagen könnte, ne? Ach komm, ist okay. 26 Sekunden. Wie geil. 26 Sekunden. Es wird wieder nichts. Dafür müsste er jetzt schon rot werden. Aber das tut er ja nicht. Jetzt habe ich nämlich wieder die Basten hier. Hm. Ich hoffe, das meinen die nicht ernst. Ich hoffe, das ist nicht deren Ernst, dass der Spielfortschritt genau davon wieder abhängt. Ach, guck mal einer. Schau. Fickt euch meine Fresse. Nee, das ist so ätzend. Ich... Das macht keinen Spaß. Ich weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nee, da geht's gar nicht weiter. Ja, macht das Spaß! Ach, macht das Spaß! Jei! Ich hab noch nie so was Lustiges gemacht. Nicht mal Excedera und so. Wir haben so viel Spaß gemacht. Ja! Wie gesagt, wenn's davon abhängt, dass ich den wirklich, äh, machen soll in der Zeit, die sie mir da angeben, können die mich mal kurz aus am Arsch lecken. Ich kann's halt nicht. Weißt du, es ist immer so viel sinnvoller, sich einfach sterben zu lassen, wenn man in den Sacknesseln angekommen ist? Oder seist du? Was passiert denn jetzt grad hier? Was ist denn jetzt grad hier passiert? Was war dat denn jetzt? Das Klärchen. Nimm mal, der da hinten wird wieder der Richtige sein. Oh, jetzt nochmal in der Minute 30! Alles klar! Alles klar! Warum bringe ich das mit dem eigentlich nicht hin? Sollte das nicht irgendwie funktionieren? Sollte das nicht irgendwie funktionieren? Ja, ist egal. Echt, ist das doch nicht wahr? Das war er auch wieder nicht. Ich frag mich halt, ist das der Trick? So, dass man... Ja, ne, ich sterb jetzt schon wieder. Gibt es einen Trick? Wenn ja... Ich hab ihn nicht gefunden. Kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann... NICHT! Jetzt bin ich tot. Okay, Leute, das war's. Habt einen schönen Tag auch dran.